Deutschland ist spitze bei der Aufnahme hilfsbedürftiger Menschen. Im letzten Jahr suchte gut eine halbe Million Schutz in Europa. Allein wir gaben mehr als 300.000 eine neue Heimat, ein neues Leben, eine neue Zukunft. Im Jahr zuvor waren es sogar noch mehr, aber auch da war Deutschland spitze, einsame Spitze, denn wir nehmen mehr auf als alle anderen EU-Staaten zusammen, Jahr für Jahr. Da klingt es mehr als befremdlich, was heute passiert. Deutschland nimmt zusätzlich 10.000 sogenannte EU-Flüchtlinge auf. Menschen, die erst noch in die EU geholt werden sollen. Diskussionen im Parlament, Fehlanzeige. Abstimmung mit den Landesministern, ups, fand nicht statt. Angeblich aber alles normal, weil europagerecht. Aber ist es normal, dass gewählte Politiker nicht mitbestimmen? Dass Integrationsminister in den Ländern von nichts wissen? Dass Kommunen wichtige Infos aus dem Rundfunk erfahren? Ich halte das nicht für normal. Ich halte das für kritisch. Auch wenn gegen die Aufnahme selbst nichts einzuwenden ist. Der politische Stil ist erbärmlich.